Durch Tippen auf eine gewöhnliche Computertastatur werden Klavier-Samples gestartet und egal welche Taste ich als nächstes drücke, es kommt einfach das nächste Sample und ich habe eine Reihenfolge von insgesamt rund 1000 Samples komponiert und diese Reihe, also keine 12-Ton-Reihe, sondern eine 1000-Sample-Reihe interpretieren die Spieler das Ensemble Mosaic dann jeweils verschieden. Sollte 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 Untertitelung. BR 2018 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 Es ist die alltäglichste Situation, eine Tätigkeit, die jeder verrichtet und hier aber zu Musik transformiert wird. Das habe ich schon getan in der Untitled Performance No. 1, wo 9000 Samples aus Pop und Klassik quasi abgetippt werden. Und die großen Zahlen habe ich auch in der Untitled Performance No. 2 thematisiert, in der über 1000 mehr Klänge auf dem Fagott so schnell wie möglich abgespielt werden sollen. Und in der Untitled Performance No. 3 nun werden als Medium rund 1000 Samples durch Tippen rhythmisiert und dadurch das Tippen musikalisiert. Untertitelung. BR 2018 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 Applaus 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 Applaus